You may continue to do your worst, Inquisitor, but unless you have some evidence of this preposterous conspiracy, you get nothing from me. See you. Dude, I have to get more people out of here. I don't know anything about a conspiracy. Oh, god. Is that a dreist to lie. Please, no! Los. Please, no more! Nochmal los. Du bist gepoltert. Du kannst nichts gegen sagen. Oh, god. Sei nicht dreist. Doch. Geh schon mal. Los, lade mich an. Please, no more! Okay, enrih ich ihn. See you. Oh, hey. Oh, god. Wie soll ich denn jetzt noch fragen? Die Garde weiß bestimmt nichts. Die sind alle so dumm. Hm. Hm. Kann ich mal bitte ein paar Leute sein? Ah, ein Straßenpenner. Hoi. Blessings of the Mad God. Ja. Oh, ist doch keiner. Naja. Bischabe geschieht. He loves dogs. Dogs like sticks. Dogs like meat. I wonder if they like meat on a stick. I saw Usna try to give Bisha some of her dogs food once. I told Bisha not to take it. Usna just wanted his dog to attack Bisha. Das ist sehr unfair. Äh, erstmal was wir noch über den, äh, über die Verschwörung. I don't know anything about her. Los. Lüge mich nicht an. Please, no. Los. Und jetzt wirst du gefoltert. Hoch, was mach ich denn hier? Los. Uff, ja. Los. Please. Alter. Warum weiß keiner was? See you later. Mist. So. Jetzt möchte ich gucken, ob die vielleicht was weiß. Weil davon möchte ich ausgehen. Damit endlich mal hier ein bisschen Action reinkommt. Action. Ah, das ist auch. Sehr genau dieses. You got some skooma, eh? Right, buddy? Pao? To share? Come on. Pass the skooma already. Ich hab auch kein skooma, glaub ich. Alright. It's about time. Give it me already. Find dein eigenes skooma. Hehehe. Don't be so cruel. I hope you die a horrible death. Ja, das hat meine Mutter auch gesagt. Nothing in it for me, so I have nothing to say to you. Alter. Folteren Sie. Please, no. Flöten. 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 Das hat mir geholfen, Nelreen. All secretive light. Ich wusste doch, dass er mit was zu tun hat. Ich weiß nicht, dass er mit was zu tun hat. Okay, danke, vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen. Dafür kriegst du kein Skoma. Ha! Und raus. Ich bin draußen. So. Wo jetzt hin? Na toll. Ah genau, das war hier irgendwie abseits. Ah ne, das ist falsch. Das war glaube ich die andere Seite. So her, der. So mein Schatz. Du bleibst hier stehen. Sonst kommen die immer an und sagen Ah ja, du Arsch, du stehst dahinter, ich seh dich doch. Ah scheiß, was ist denn das hier? Ah genau, hier unten war es. Da ist gleich das Meeting der beiden. So. Hier werde ich mich jetzt erstmal verschanzen. Obwohl ich nicht weiß, ob es so unglaublich intelligent ist. Das ist wahrscheinlich besser als nichts. So. Ach so, jetzt müssen wir ganz kurz warten. Ich muss ganz kurz gucken. Äh, Eil. Nein. Ja, sagen wir mal einfach mal. Was schon wird das Schiedfenster. Sagen wir einfach mal um 10. Na gut, dann definiere ich Late Night mal eine Stunde später. Na gut, dann muss ich jetzt ganz kurz warten. Äh, 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 äh. Ein paar Tränke machen. Ach, was mache ich denn hier? Ich mache es mal später und dann warte ich jetzt einfach mal kurz noch. So. Wie spät das jetzt? 35 erst dann. Ach, ich warte jetzt einfach eine Stunde. So. Alter. Ich fühle mich hart verarscht. Wo sind die denn? So, Arme. Jetzt einmal 24, nee, 23 Stunden nochmal. Und dann warte ich halt noch die gerundeten 20 Sekunden. Num 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 num. Warte, 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 warte. So ist es. Ja, ich stehe nicht im Regen. Jetzt. Nein. Äh, 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 ähm, lan, 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 lan. Jetzt. Ah, noch nicht. Äh, äh, jetzt. Nein. Eine Sekunde weiter. Nee, eine, äh, eine Sekunde. Eine Minute, eine Ingame-Minute weiter. So, jetzt noch zehn Ingame-Minuten. Ja, spannend kann es sein zum Let's Play. Wirklich ein bisschen Stück zur Seite. Ich will es jetzt. Ah, jetzt müssen sie gleich angetanzt kommen. Ah. Sieht so aus, jetzt kommen sie wirklich. So, jetzt kommt hier. Sie müssen aber auch jetzt kommen, ja? Los. So, wir müssen auch eine gute Sicht haben. So. Jetzt müssten die da gleich angetanzt kommen. Wir gucken, wie die Nase sind. Ja, toll, bringt es mir. Mh, ja. Masada ist da. Jetzt muss noch diese neue Arena kommen und dann haben wir unser... ... ... ... ...